Seit Monaten werden in Deutschland die Grundrechte eingeschränkt. Der Grund ist klar, man möchte die Pandemie eindämmen. Und Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat am Rande einer Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, ein Recht auf Party gibt es in Deutschland nicht, auch nicht für Geimpfte. Das war ein beiläufiger Satz, den er da gesagt hat, aber ich will mir in diesem Video mal näher anschauen, ob wir nicht möglicherweise doch ein Recht auf Party haben und ob sich nicht dieses Recht sogar im Grundgesetz findet. Bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und wenn euch Jura-Themen interessieren, dann lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da. Ja, das war ziemlich beiläufig, was Jens Spahn da am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz rausgehauen hat. Er hat gesagt, ein Recht auf Party, das gibt es nicht. Man müsste zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Freiheitseinschränkungen und Ausgangsbeschränkungen. Das seien Grundrechtseingriffe, da seien wir uns alle einig, die müssten sein und die seien gegenüber Geimpften tatsächlich dann nicht mehr zulässig, weil die einfach keine Gefahr darstellen. Aber Geimpfte hätten auf keinem Fall, genauso wie andere, ein Recht auf Party. Und ich habe mich gefragt, habe ich mich da verhört? Gibt es wirklich kein Recht auf Party? Natürlich gibt es ein Recht auf Party, liebe Leute, und das ist sogar im Grundgesetz verankert. Artikel 2 Absatz 1 unseres Grundgesetzes verankert das Recht auf Party. Da steht nämlich, dass wir eine allgemeine Handlungsfreiheit in Deutschland haben. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und Freiheitsbeschränkungen, so wie wir sie mit Ausgangs- und Kontaktsperren erlebt haben, die schränken natürlich auch unsere Handlungsfreiheit ein. Und damit schränken sie auch unser Recht auf Party ein, was es nämlich, anders als Jens Spahn behauptet, sehr wohl gibt. Ich will allerdings auch dazu betonen, natürlich können Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt sein, wenn es zum Beispiel einen gewichtigen Grund gibt, also der Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus beispielsweise. Und vor allen Dingen auch dann, wenn man droht, andere anzustecken. Aber bei Geimpften ist es ja gerade so, dass die Ansteckungsgefahr, so zeigen Studien aus Amerika und Großbritannien, um 75 bis 90 Prozent reduziert ist. Und das verbleibende Ansteckungsrisiko, was dann noch übrig bleibt, naja, das muss man wohl unter allgemeines Lebensrisiko subsumieren. Das ist einfach der Preis der Freiheit, so kann man es deutlich sagen. Der Preis unserer Freiheit ist, dass wir auch ein gewisses Risiko haben. Also wenn ihr draußen irgendeinen Sport macht, manchmal Kiteboarden geht, dann könnt ihr euch auch verletzen. Das ist einfach dieser Preis der Freiheit. Also kann man schon mal eins sagen, wir haben zunächst mal ein Recht auf Party. Jetzt kommt es allerdings darauf an, wie sehr schränkt Geimpfte noch eine Maßnahme ein? Bei den Masken hat man ja gesagt, naja, lass mal lieber denen auch die Maske tragen. Alles andere ist jetzt etwas schwierig, weil ansonsten können wir es nicht kontrollieren. Kann man vielleicht rechtfertigen. Aber wenn es darum geht, sich zu treffen, naja, dann wird das schon etwas heikler. Aber jetzt muss man natürlich schauen, was ist denn jetzt umgesetzt worden? Wir haben ja nun mal die Lockerungen für Geimpfte. Die sind ja tatsächlich gekommen. Und da sieht es so aus, wenn wir eine Party von Geimpften haben, dann gibt es dort keine Beschränkungen mehr. Kommen also nur Geimpfte zusammen? Das wisst ihr auch aus den Lockerungen. Ich habe es hier auch häufig vorgestellt. Die neuen Bestimmungen, die seit dem letzten Wochenende gelten, sehen einfach vor, Geimpfte werden bei der Anzahl der Personen, die sich treffen dürfen, nicht mehr mitgezählt. Also theoretisch ist es sogar möglich, in der Öffentlichkeit 100 Geimpfte zusammenzupacken. Und die können dann natürlich doch wieder eine Party feiern. Sprich, das, was Jens Sparner gesagt hat, ist jetzt zum Glück sowieso nicht so gekommen. Das heißt, die Geimpften werden nicht mitgezählt. Wäre auch tatsächlich schwierig geworden. Die Frage ist, manche in der Politik sagen natürlich, es ist ein Gebot der Solidarität, dass Geimpfte genauso sich verhalten wie Nicht-Geimpfte. Ich habe dazu ja auch einige Videos gemacht, dass es eventuell gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen könnte, wenn Geimpfte so viele Freiheiten haben. Andererseits ist es auch so, wir haben ja auch für diejenigen, die nicht geimpft sind, die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Und da ist dann eine Gleichstellung so, dass man sagen kann, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Lockerungen, so wie sie jetzt gekommen sind, im weitesten Sinne rechtmäßig sein dürften. Und wohlgemerkt, das sind ja keine Privilegien für Geimpfte oder irgendwelche Sonderrechte für Geimpfte. Es ist die Zurückerlangung der Freiheit, die sowieso im Grundgesetz vorgesehen ist, inklusive unserem Recht auf Party, lieber Herr Bundesgesundheitsminister. Das gibt es nämlich sehr, sehr wohl. Übrigens, die meisten Lockerungen, die sprechen sich für, die meisten Menschen für Lockerungen aus. Es gab Testpartys in Barcelona und London, die sind geglückt. Da gab es keine größeren Corona-Ausbrüche danach. Insofern können wir alle die Hoffnung haben, dass wir unsere Freiheiten bald auch wieder zurück verlangen können. Man muss beachten, dass bislang nur 10% der Bevölkerung zweifach geimpft sind und überhaupt als durchgeimpft im Sinne der Maßnahmen gelten. Und die Infektionszahlen sind nach wie vor noch relativ hoch, wenn auch glücklicherweise fallend und sinkend. Ich selbst habe die Hoffnung, dass wir da bald raus sind und ich diese Videos mit rechtlicher Aufklärung rund um Corona bald nicht mehr machen muss und ich mich bald wieder den ganz normalen Themen widmen kann, die sich darum drehen könnten, wie der eine YouTuber dem anderen YouTuber das Auge aushackt und ich kann das Ganze dann wieder rechtlich beurteilen. Wer noch ein bisschen Lust hat, schaut mal bei uns auf Discord vorbei. Wir haben über 15.000 Menschen in unserer Discord-Community. Unten wbs.loh.discord ist der Link. Und der Schöne an unserer Discord-Community ist, wir bieten da eine Hilfe zur Selbsthilfe an. Wenn ihr also mal eine juristische Frage habt, dann posten viele von euch diese Frage jetzt hier unten in die Kommentare. Das ist nicht ganz so angebracht, weil wir die nicht alle lesen können. Das sind ja tausende Kommentare. In Discord ist es aber so, dass wir mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende, Jura-Studenten da haben, die eure Fragen schon sehr, sehr gut beantworten können. Also schaut in unserer Discord-Community vorbei, wbs.loh.discord. Unten in der Caption auch nochmal der Link. Und ich habe ja erstmal sowieso noch den Abo aufgerufen. Das dürfte klar sein, aber die meisten von euch sind ohnehin schon Abonnenten. Ansonsten habe ich noch diesen Tipp hier für euch. Noch zwei Videos, die auch noch cool sein könnten. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.